Ja, dieser Displayperf fängt damit an, dass ich sterbe. Geil, oder? Weil ich vergesse noch aufzunehmen, gerade eben. Das ist richtig beschissen. Hi, hier ist euer Billy Rubin mit Joe's Hack. Und ja, ich kann keinen Safe State mehr benutzen, weil ich schon drei in diesem Level benutzt habe, was ein bisschen bekappt ist. Was? Kannst du mal hochscrollen? Danke. Ähm, das stimmt mich mies gerade, dass ich hier schon alle Safe States verbraucht habe, weil ich richtig abkack in diesem Level. So, ah, 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 ah. Diesmal wirst du sterben, du blöder Assi, oh yeah. Ach ja, diesmal wirst du ab. Scheiße! Komm her! Yes, yes, yes! Boah, im ersten Versuch! Aber um euch nicht anzulügen, ich hab ja wie gesagt... Ich hab ja gerade eben gespielt, von daher... Martin Cooper, Junior, of Castle 2, is now just a memory. The next area is the underground Vanilladown. What dreams await Mario in this new world? What will become a prison soulstool? If you ask any more stupid questions, I will kill your ass! Ja, das hat er nicht verändert vom Text her. Das war das letzte gehackte Level von ihm. Und er hat gemeint... Ähm... Warte mal kurz, ist das gehackt? Ne, ne? Was ist da? Scheiß! Warte mal, hä? Warte! 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 Was hat er da gemacht? Hä? Oh, fuck it! Oh, ne, oder? Na ja, wie gesagt... Im... 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 Dem Level gibt's ein Secret Exit. Und in dem Level gibt's ein Secret Exit. Ich versuch erstmal den zu finden.